Ein wunderschönen guten Morgen Ihnen, meine Damen und Herren. Hierzu Märchenshop24, eine halbe Stunde voller märchenhafter Angebote. Heute beginne ich mit einer guten Nachricht. Wir haben ja in der letzten Sendung ein neuartiges Koffein-Shampoo verkauft. Das ist ein echter Verkaufsschlager geworden. Und wir haben von einigen Kunden sehr begeistert einige Vorher-Nachher-Bilder bekommen. Und ich kann nur sagen, wow, was für ein Effekt. Das hier ist zum Beispiel Dieter K. aus S. Links vorher, rechts nachher. Und ich muss sagen, wow, was für ein Effekt, was für volles Haar nach einer Woche. Und auch ein neuer Verkaufsschlager aus unserer letzten Sendung war dieses Kinderkochbuch, erschienen im Hänsel und Gretel Verlag. Über 1000 Exemplare haben wir da verkauft, also auch ein richtiger Verkaufsschlager. Das zum Beispiel ist Jan Lomberger aus Ludwigshafen, einer unserer sehr begeisterten Kunden. Und der hat uns diese Videobotschaft geschickt. Dieses Buch hat mein Leben verändert. Ich möchte den ganzen Tag nur Rezepte daraus lesen. Also wenn Sie sich auch eines dieser wirklich sehr begehrten Exemplare dieses Buches sichern möchten, dann rufen Sie jetzt unter der unten eingeblendeten Nummer an 0800 123 123 und sichern Sie jetzt ein Exemplar Ihrer Wahl ohne Versandkosten. Die sparen Sie natürlich bei uns. Klar, hier bei Märchenschop 24. Nach diesem kurzen Rückblick kommen wir jetzt auch zum ersten Gnadenhammer des Tages. Und ich bin mir sicher, das ist wirklich ein grandioses Teil, das wir da für Sie haben. Und dazu begrüße ich bei mir im Studio die große, hammermäßige, wunderschöne, mysteriöse, atemberaubende, talentierte, prachtvolle, bezaubernde, brillante, reizvolle, intelligente und märchenhafte Ella Elfenbein. Hallo Ella, was hast du uns denn heute wieder mitgebracht? Bonjour Gregor. Ich habe heute einen Apfel. Ein Apfel. Und was ist das für ein Apfel? Dieses Prachtstück ist Schneewittchens Apfel. Ah, toll. Schneewittchens Apfel. Und was kostet denn dieses unschlagbar geile Stück? Dieses Prachtstück gibt es für 999,99 Euro. Und was ist da jetzt so besonders an diesem Apfel? Also ich finde wirklich Toppreis, aber was ist da so besonders daran? Ich liebe diesen Apfel. Dieser Apfel ist knackig wie ein Babypopo und richtig saftig. Und ja, er hat ein hervorragendes Rot. Ja, das sehe ich auch. Und man kann hier auch Bissspuren sehen. Also mit einem leicht rosanen Hauch auch außenrum hier. Ja, was sind das denn für Bissspuren? Oui, Gregor, die Bissspuren sind von Schneewittchen. Sie sind noch vollständig gehalten. Also auch für Sie zu Hause ein echtes Muss als Märchenfan, als religiöser Fanatiker. Das ist ein Muss für Ihr zu Hause. Original Schneewittchen Bissspuren. Und wie kann ich denn eigentlich diesen Apfel benutzen? Also klar essen, aber ich denke, der kann doch bestimmt noch mehr, oder? Dieser Apfel kann sehr, sehr viel. Dieser Apfel, du kannst benutzen in der Küche, du kannst benutzen im Badezimmer oder auch sehr beliebt im Schlafzimmer. Wofür im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer, das musst du dir selbst ausdenken. Also ja, du hast Fantasie und wo Fantasie da ist, da? Ja, ja, gut. Also ich denke mal auch, dass der Apfel dann im Schlafzimmer besonders eine eigene Aura hat, wenn er denn von Schneewittchen ist. Also ein echter Gnadener Mann. Oui, oui. Könnte man schon sagen. Also zusammenfassend wirklich eine Bereicherung für jedes Heim und auch ein Muss für jeden Märchenfan. Danke Ella, wir sehen uns ja gleich wieder. So liebe Zuschauer, jetzt haben Sie daheim die Möglichkeit, sich diesen hammermäßigen Schneewittchenapfel in Ihr Eigenheim zu holen. Und dazu rufen Sie natürlich wieder unter der unten eingeblendeten Nummer an 0800 123123 und reservieren Sie sich jetzt Ihren ganz persönlichen Apfel. Die ersten 20 Anrufer halten diesen Schwiegermutterspiegel hier komplett gratis, dazu für eine kleine Bearbeitungskobie von 14,99 Euro. Und dieser Spiegel ist wirklich was ganz Besonderes. Und dazu bitte ich mal die Ella wieder herein. Ella, komm mal kurz her, probier mal den Spiegel hier aus. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Oh, cool, ich bin hier im Fernsehen. Haha, jetzt neu mein Angebot. Zehn Matchbrötchen für Schlappe 5,99 Euro, solange der Vorrat reicht. Au! Ella, Sie sind die Schönste hier im Land. Jedoch Marianne hinter den sieben Wergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als sie. Ich liebe wirklich diesen Spiegel-Erster-Fantastik. Und wenn auch Sie diesen Spiegel haben wollen, dann rufen Sie an unter der Nummer 0800 123 123. Ich wiederhole nochmal 0800 123 123. Genau, das ist unsere Hausnummer 0800 123 123. Danke an unsere Assistentin für den Spiegel. Also ich muss sagen, wirklich hammermäßig Angebote haben wir. Und genau, 0800 123 123, wenn Sie sich diesen tollen Spiegel inklusive des Apfels, nee, andersrum, wenn Sie diesen Apfel inklusive des Spiegels haben wollen, komplett gratis dazu für eine kleine Behabensgebühr von 14,99 Euro. Genau, da kommt Ihnen eine Produktschau mit Musik, deswegen ist es eigentlich scheißegal, was ich hier gelabert habe. Und nun kommen wir auch schon zum zweiten Gracher des Tages, wie ich finde. Und der richtet sich vor allem an unser weibliches Publikum. Ehefrauen aufgepasst, nur bei uns erhalten Sie auch nur heute diesen einmaligen und märchenhaften Lügendetektor Pinocchios Nase. Und hier kommt auch schon Ella mit diesem sagenhaften Produkt herein. Sie kennen das natürlich alle, ja. Der Ehemann ist schon wieder zum zweiten Mal in Folge in der Kneipe oder trifft sich auch noch mit seinen Kumpels in der Kneipe oder schiebt wieder eine extra Schicht. Doch die Frage ist, ist das wirklich wahr? Ja, und dafür gibt es ja hier diese Pinocchios Nase. Was kann man damit machen? Mit Pinocchios Nase, du kannst, es ist so eine Art wie ein Lügendetektor. Wenn jemand sagt die Wahrheit, es wird sich nichts verändern. Wenn jemand sagt eine Lüge, dann wird sich die Nase verlängern. Und das ist ja auch irgendwie so eine Runde mystisch. Da sind ja auch hier Zauberhuhnen drauf, sehe ich gerade hier eingeritzt. Die bringen natürlich auch was. Kann denn Pinocchios Nase eigentlich noch mehr? Ich meine, bei uns sind ja alle Produkte zauberhaft, märchenhafter. Kann ja die einzige Funktion nicht nur Lügen aufspüren sein. Das wäre ja ein Witz, ne, eigentlich. Aber ich denke mal, da ist doch noch mehr, oder? Oui, Gregor, die Vielfältigkeit dieses Produktes ist grenzenlos. Also, richtig grenzenlos? Also, okay. Was ist jetzt? Ja. Okay. Ja, grenzenlos, sehe ich gerade. Geschaffen wurde diese Nase vom Meister Gepetto. Reine Handarbeit, versteht sich. Reine Handarbeit, wirklich reine Handarbeit. Und das merkt man auch. Ja, man sieht es vor allem. Oh, oh. Ja. Ja. Spürst du nicht diese Aura, die diesen Gegenstand umgibt? Also, diese Aura ist ja richtig fantastisch. Also, ich spüre das auch wirklich. Diese Aura, die ist wirklich überragend. Also, ich meine, vor allem, die wächst auch. Ja. Oh. Wow. Okay. Meine Damen und Herren, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das war jetzt wirklich eine sehr beeindruckende Leistung, meine Damen und Herren. Dieses Produkt kann wirklich sehr, sehr viel. Wenn Sie sich diese Nase von Pinocchio holen möchten in Ihr Heim, dann rufen Sie an unter Nr. 0800 123 123. Unser nächstes Produkt wartet auch schon auf uns. Und da jetzt Ihre Seele und Ihr drittes Auge wieder auf die Wahrheit geschärft sind, darf ich selbstverständlich auch sagen, der Körper darf nicht zu kurz kommen. Ja. Unser nächstes Produkt hat eine wirklich, wirklich lange Reise hinter sich. Von Dänemark über Deutschland bis nach? Bis hin zu Frankreich. Frankreich. Meine Heimat aus Paris. Von der Notre-Dame Live-In-Studio. Es geht um die einzigartige, exklusive Erbse von der Prinzessin. Aha. Die Erbse führt Sie zu Ihrem Traumprinzen. Und mit dieser Erbse können Sie endlich frei sein von Rückenschmerzen. Und ich kann nur bestätigen von einem unserer besten Kunden, von einem Glöckler von Notre-Dame. Aha. Ja, und was hat der Glöckler von Notre-Dame da gemacht? Der Glöckler von Notre-Dame legte diese Erbse jeden Abend unter seine Matratze. Und nach 30 Nächten verspürte er kein Leiden mehr. Hm. Und sein Rücken war wieder, sein Rücken war wieder gesund. Ja, wahrscheinlich bekommt er jetzt auch hammermäßig viele Komplimente für seine aufrechte Haltung. Das darf man ja nicht vergessen. Haltung lässt immer mehr nach. Und Rückenschmerzen können da sehr behindernd sein. Also man sieht, es kann doch relativ einfach sein. Da kann man wirklich alle Placebo-Pillen über den Haufen kicken. Das ist ja wirklich ein hammermäßiger Preis auch, den wir hier haben. Hier 777,77 Euro. Also da kann man eigentlich nichts sagen. Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Und diese Angebote gibt es natürlich auch nur bei uns. Solange der Vorrat reicht, selbstverständlich. Und leider auch nur die nächsten 2 Wochen. Also wenn Sie sich diese Erbse der Prinzessin von der Erbse holen möchten in Ihr Eigenheim und sie unter ihre Matratze legen wollen, dann rufen Sie jetzt unter der unten eingeblendeten Nummer an 0800. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich wiederhole nochmal für alle 0800 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Dafür kommen wir jetzt aber auch zum nächsten Produkt. Natürlich kennen Sie das auch, liebe Zuschauer. Sie stehen morgens auf, schauen aus dem Fenster und würden am liebsten sofort wieder ins Bett hüpfen. Denn das Wetter passt natürlich nicht zu Ihrer Stimmung. Sie wollen Snowboard fahren, aber draußen scheint die Sonne bei 36 Grad. Und es wird noch heißer. Naja, mit diesem Kissen, das wir jetzt Ihnen präsentieren wollen, können Sie nämlich Ihr Wetter selbst bestimmen. Sie glauben das nicht? Wir werden vor Ihren Augen es gleich schneien lassen. Und hier kommt dieses geschmacksvolle Kissen. Halten Sie sich fest, ist von Frau Holle. Das ist natürlich ein Kooperationsprojekt. In Kooperation zwischen Frau Holle und der Firma Frau Holle und CoKW. Und Sie, liebe Zuschauer, können jetzt Ihren Mund schließen. Und wir sind alle von diesem Produkt begeistert. Ich liebe dieses Produkt. Natürlich gibt es zu diesem Kissen, eigentlich braucht man das nicht, aber natürlich, eigentlich braucht man das wirklich, einen Kissenbezug. Den sehen Sie jetzt gleich eingeblendet, jeweils in blau, rot und grün, für eine kleine Bearbeitungsgebühr von 9,99 Euro. Und natürlich, dieser Kissenbezug, das ist ja echt wichtig. Sehr extrem flauschig. Und es ist ein Traum für jeden Flausch-Fan. Ich habe auch so ein Kissen. Ich liebe einfach dieses Kissen. Es ist fantastisch. Und ja, es gibt Ihnen in verschiedenen Größen, in verschiedenen Farben. Und Sie, liebe Zuschauer, haben die Wahl zwischen Knopfleiste und Reißverstoß. Und das nur für so, für nur kurze Zeit. Auch in Einhorn- und Drachenedition. Ja, natürlich, für Sie und für ihn, wie das bei uns ja üblich ist. Einfach märchenhaft, kann man da nur sagen. Aber jetzt wollen wir dieses tolle Kissen doch auch mal ausprobieren. Komm, Anna, jetzt schütteln wir mal das ganze Ding gemeinsam. Und jetzt lassen wir es mal richtig schneiden. Kräftig schütteln. Kräftig schütteln. Oh Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Wow. Okay, das ist, das ist, oh, hey. Wie kann ich das stoppen? Ich kann das nicht stoppen. Ich staub ein bisschen. Aus! Oh Gott, stopp, 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 stopp. Kamera, Werbung. Stopp. Werbung. Also, meine Damen und Herren, das war es auch schon für diese Woche bei Märchenjob24. Eine halbe Stunde voller traumhafter Produkte ist zum Leider auch wieder vorbei. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Natürlich, ja. Nächste Woche sehen Sie an dieser Stelle traumhafte Reiseziele, darunter auch natürlich der Rampuznolturm und die Burg von Dornröschen. Alles dabei. Wir freuen uns natürlich auf Sie, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, eine schöne Woche. So, jetzt. Dankeschön. Wo ist die Halsdecke? Wo ist die Halsdecke? Ich hole meine, oh, oh, mein Kisen und ich hole meine Jacke. Bis dann, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, hier bei Märchenjob24 zu einer weiteren Stunde geschickt hat. Dann kann man es. Was gibt es für den Leuten, die da mitgebracht? Bonjour, Gregor. Ja, aber dann muss ich ganz kurz nochmal. Ella, Ella. Ella, Ella. Ella. Bereit? In der Kneipe. Und die Frage ist natürlich... Fangen wir mal? Nicht selber. Natürlich die Frage, bist du klarer Scheiße? Das ist dein Text hier. Ich mein's. Nein! Was wird das denn? Und hier kommt auch schon Ella mit diesem sagenhaften Produkt herein. Oh nein. Take 3, Szene 6, äh, Szene 6, äh, 5. So, nochmal bitte. Szene 6, take 3. Szene 3, take 6. In Madredama hat diese Äpfel genommen und in seinen Mund gesteckt. Und seine Rücken schmerzen waren... Wund? Echt in den Mund? Seht ihr, dass es in den Mund war? Guck mal, ich stehe nicht in den Mund. Du, ich bin wirklich so interessiert.